D- Jawohl, so funktioniert das! Ah, nein! Fuck! Okay, so funktioniert das. Ja, ich möchte fortfahren. Danke. Scheiße. Super. Was ist da jetzt wieder? Nein! 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 Ah! Scheiße! So. Haben wir da jetzt die Sachen eingesammelt oder nicht? Nein! Natürlich nicht. Ah, Gott. Alice war viel allein. Ein Introvertis und einsames Kind vermutlich. Ihre Schwester, obwohl liebevoll war, zu alt, um Spielkameradin zu sein. So. Also ich muss jetzt den Augenpott mit der Pfeffermühle oder was. Nein! Wo? 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 Okay. Oh Scheiße Jetzt lasst mich doch einmal aus, weil ich die erst verfuckte Scheiße Okay, so funktioniert das, alles klar Ja, ja genau Oh Scheiße Oh Scheiße Oh Scheiße Ich hätte den unten können, also fertig machen Das war's. Ich bin der Bescheid. Ah, jetzt verpiss dich da hinter mir! Ah Gott, jetzt komm schon! Einzig! Boah! Ich hab viele Teile! Oh fuck! Ah, du schießt mit heißem Tee oder was? Ah, jetzt geh doch schon drauf! Nein! Vielleicht können wir es so fertig machen! Nee, das funktioniert so nicht! Oh Gott! Äh, da, da komm schon! Ventil, Ventil, Ventil! Nächsten lass mich wie ein Diss in Ruhe! Oh shit, Alter! Ah! Ah fuck! Ah fuck! Oh shit! Oh shit! Okay, ich bin groß. Ich bin groß! Oh Gott! Oh Gott! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Es ist doch so weg. Danke! Ah ok, das Auge da... Verfick nochmal jetzt! Ah, steh, steh, steh doch! Komm da, oma da! Ah du... Ach, dahin die Alice. Da, drüber da! Danke, du bleibst doch stehen zumal es. jedes mal war die zuhause rutscht zum rutscht um ein paar mitte weiter rüber also fundbüro ok kann man da noch irgendetwas mitnehmen irgendwo was übersehen oder so da hinten ist irgendetwas ich gehe lieber noch mal alles ab sicher sicher ok da drüben ja das haben wir das kennt das haben wir schon mehr nicht das ist nichts mehr da oben auch nichts mehr was ist da die ströme alles klar dann gehen wir ins fundbüro was zieh zieh ich drücke zieh er ist sein abstaubmädchen der hutmacher soll dich doch von deiner besten seite sehen ok hm ok zumutmacher geht es da drüben wir mal grenz ok da geht es dir jetzt wo lang ne da häh was ich würde nicht sagen ich müsste durchspringen oder so m das funktioniert das stimmt muss einfach nur schnösser oder was ich glaube das ist das ding je länger dass sie drauf bleibt desto länger bleibt unten hier wäre nämlich nur so liefst aber abg so So... Damit da kommen wir nicht durch, ich muss da so rüber. Okay. Äh, da so rüber. Da kommen wir sowieso noch nicht drauf. Da noch irgendwas will sehen. Nö. Gut, dann geht's weiter da. Alter, das Labeldesign ist echt schon geil. Hä? Was? Ich gebe gar nicht was. Scheiße. Was haben wir bloß mit dem Spielauto da, Leute? Kannst mir das sagen? Nein. Opa, die gescheiße. Äh... Äh... Das schaut nach Hauptgang aus. Irgendwie. Haben wir halt gedacht. Ja, schaut nach Hauptgang aus, glaube ich. Schauen wir zuerst nochmal in den anderen. Äh... Da geht's zum Hutmacher oder wie? Gut, dann gehen wir zuerst da lang. Nein. Ah, okay. Ah, fuck. Ah, dammit. Jetzt... Okay, wie funktioniert das? Okay, so. Oh. Okay. Dann... So rauf. Okay, da kommen wir noch nicht rauf. Boah. Wie kommen wir denn da rauf? Was? Scheiße. Alter Vater. Puh. Da ist ein Stick in Toast. Ne. Und jetzt gehen wir wieder zurückschieben. Also, sie sind in die Pirna gestoßen. Hahahaha. So. Und jetzt geht's weiter zum Mutmacher. Was ist die? Oh, scheiße. Ah, draufbleiben, draufbleiben, draufbleiben. Ich glaube halt, dass das so funktioniert. Ich bin mir nicht einmal so sicher. Ah! Okay, wir durch. Okay, das geht eh langsam zu. Ah, ja. Okay. Ähm. Und welche Hinweise? Da komme ich... oder so rüber. Was ist das da eigentlich? Geht's denn da hin? Das ist ja der einziges Labyrinth da. Okay, ich schau mal selbst einmal da runter. Ah, das ist wieder so eine Rutschpartie. Okay. Wow. Ah, verdammt. Ich wollte nur die anderen Gänge erkunden. Ah, was soll's. Was zur Hölle? Scheiße, scheiße, scheiße. Hä? Ah, okay. Okay. Einige Wände und Böden sind dann, die dann zerstört werden. Ah, okay. 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 Alles klar. Uh. Ah, ja. Ah, ja. Sehr gut. Ich schau doch, das Teil explodiert jetzt nicht. Hahaha. Ah, das ist ein Saar. Ah, okay. So schaut das aus. So schaut das aus. Okay, das ist nur so eine kleine. Drei. So eine kleine Bombe. Das ist nur eine kleine Bombe. Hahaha. Schaut da mal lieber was. Was willst du sagen? Oh. Nein. Da unten ist ein Zahn. Unten ist ein Zahn. Wann gehen. wieso kriege denn es dann wirklich oder unten oder noch irgendetwas das geht Da geht ein Doppel. Okay, so funktioniert das nicht. Wie komme ich denn da jetzt drüber? Ich mag die Erinnerung. Okay, vielleicht geht es von dort noch nicht. Dann werden wir... Ah, okay. Oh, noch einen Moment da. Da geht es. Boah, findest du da drinnen? Wir werden noch alle im Bett geröstet, Alice, weil dein Vater diese unnatürliche Passion für bedrucktes Papier pflegt. Diese leicht entzündlichen Berge warten doch nur auf den bösen Funken und... ...puff, werden aus Fleisch und Blut, Rauch und Asche. Danke, Mami, für die tröstenden Worte. Nein. Da geht es, nein, da geht es weiter. Das ist schon so dunstig irgendwie, das... Echt strange. Cool. Das ist aber neu. Eine stinknormale Tür. Unsere geliebte Bibliothek war eine Feuerfalle. Ein Brandherd auf Abruf. Was? Boah! da ist die Möglichkeit in Hysterie zu verfallen, ok